Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie gefährlich ist die Lage der Borussia? Muss man im Zweifel noch mal den Abstiegskampf ausrufen? Seit dem ersten Spieltag haben wir betont, was für eine Aufgabe vor uns steht. Mit Up und Downs immer wieder aufzustehen, neu zu orientieren am nächsten Gegner. Das ist unser Weg, dann gehen wir weiter. Hier hat niemand nach einem Sieg oder nach einem positiven Spiel irgendetwas aufgerufen, weder nach oben noch nach unten. Das gilt es auch jetzt nicht zu machen, sondern besser zu spielen, bessere Resultate zu erzielen. Das war so gesehen dann ja schon ein absoluter Rückschlag, was die Stimmung angeht. Wie glauben Sie, dass Sie das noch mal drehen können? Weil die Fans waren ja enttäuscht, haben nachher dann gepfiffen. Wir kassieren heute eine tödliche Niederlage, die durch das Pokal aus natürlich um einiges multipliziert wird vom Gefühl. Und da haben wir auch Verständnis für die Enttäuschung und die Frustration der Zuschauer. Die sitzt bei uns auch sehr tief. Und trotzdem, oder vor allem ist es auch wichtig im Sport, wenn man auf die Nase fällt, immer wieder aufzustehen, immer wieder an sich zu arbeiten und nach vorne zu gehen. Und das ist unsere Aufgabe. Das eine ist, gute Leistungen zu bringen, um Resultate zu erbringen und natürlich auch die Zuschauer zu beglücken und dass sie Spass haben am Spiel.